I wanna do my own thing, but I think I followed a trend It's been suggested, maybe I wanna be your best friend Yeah, yeah, blind in my eye holes and just tried hard to see I can tell by your middle finger that you're a woman after me Yeah, yeah Seid gegrüßt da draußen und herzlich willkommen Hier ist wieder euer MetalZweck Und endlich zurück, die Winterpause ist vorbei Diesmal gibt es die Prognose, am 18. Spieltag der Bundesliga für das Spiel Unserer BVB muss gegen die Leipziger ran Ja, schauen wir schnell auf den 17. Spieltag Der BVB musste gegen Gladbach zu Hause ran, konnte dort mit 2 zu 1 gewinnen Die Leipziger mussten zu Hause gegen Bremen ran und konnten sich da glücklich mit 3 zu 2 durchsetzen Hier haben wir ihre Aufstellung aus ihrem Heimspiel Ja, haben doch gegen stark kämpfende Bremen glücklich gewonnen Und konnten damit auch ihren 4. Tabellenplatz behaupten Der BVB musste gegen starke Fohlen ran und konnte sich dann auch mit 2 zu 1 da durchsetzen und natürlich auch die Tabellenführung wieder ausbauen Hier haben wir die Ausstellung im Tor natürlich Roman Bürki Dann davor Hakimi Zagadou, Diallo und Fischcheck Dann Thomas Delaney und Axel Rüstel Und davor als Angriff denn Rafael Guerrero, Jadon Sancho und Marco Reus und unser Top-Stürmer Paco Alcázar Ja, Zagadou in die IV gerückt Für den verletzten Akanji, der ja auch sehr gut von Julian Weigl, wie man es gesehen hat, in der Winterpause in den Testspielen vertreten wurde Also wir sind gut aufgestellt Auch ein neuer Spieler ist zum BVB gekommen Auch wieder ein Leonardo Die Nummer 18 hat er bekommen, Innenverteidiger von den Boca Juniors Ich bin mal gespannt Vielleicht sehen wir ihn ja schon im Leipziger Spiel Wer weiß, das ist nur eine Prognose Das ist nichts Festes Ich bin gespannt Würde mich freuen, wenn man den Jungen direkt mal von Anfang an spielen sieht Ja, Timo Werner gibt auch aktuell viele Wechselgerüchte über ihn Bayern, Dortmund, wo geht's hin? Das wird die Zeit bringen Bisschen Zeit ist ja noch, Transferfenster ist offen Da kann sich noch viel für tun Aber jetzt erstmal schauen wir auf das Spiel Und der Schiller hat auch jeder Spiel freigegeben Und Werner hat da auch erstmal direkt den Anschluss gemacht Paulsen Leimeyer Kampel Auch ein Ex-Borusse Klostermann Hat die Leipziger Versuchen hier direkt mal mit schnellem Passspiel durchzukommen Aber da war auch der Fehler Marco Reus hat das schnell geschaltet Lukas Piszczek Marco Reus Also der BVB auch direkt mal angriffsvoll Wie der Canso Auf Marco Reus Und der kann sich den Ball gegen Orbán da erlaufen Die Flanke kommt rein Aber die war viel zu ungenau gewesen Da wollte Marco noch etwas zu viel Ja, er schüttelt auch hier zurecht den Kopf Warum die Leipziger gerade auf Wiedersehen schreien Alcacer Thomas Delaney Jetzt versucht es der BVB mal hier über die linke Seite Und Raphael Guerreiro ist da durch den Klostermann Und, ach, versucht den Ball reinzubringen Aber da wurde der Ball noch abgefälscht Und geht sogar noch glücklich in die Hände des Vorwärts Und hier schöne Kopfballerarbeitung von Lukas Piszczek Jadon Sancho Auf Marco Reus, der da wieder durch ist Wartet noch mal Jetzt Marco Reus Auf Rafael Guerreiro Dem rutscht der Ball da unglücklich über den Schuh Und der geht ins Tor Und da macht Rafael Guerreiro in der neunten Minute Das 1-0 für unsere Borussia War der wirklich so gewollt? Marco Reus Paco Nochmal zurück auf Marco Der durchstecke Und dann aus der Drehung geht es raus Sehr schön rausgespielt Sehr schwer Der kam auch unerwartet für den Schlussmann, der Leipziger Und schön zu sehen, dass Rafael Guerreiro auch hier Jetzt wieder richtig schön Fuß gefasst hat Und ich denke mal, er wird auch der neue starke Mann Auf der linken Seite werden Nachdem wir ja nun wissen, dass Christian Polizic uns im Sommer verlassen wird Und nach Chelsea geht Da wird natürlich dann auf der rechten Seite was frei Das ist mehr die Position für Jadon Sancho Und dann wird natürlich was für Rafael Guerreiro Auf der linken Seite frei Und ich hoffe ja auch noch, dass da Maximilian Phil Beim BVB bleibt Und seine Chance kriegt Jetzt haben wir erstmal wieder die Leipziger Aber verlieren die auch den Ball Wieder Rafael Guerreiro Marco Reus Und der bleibt da auch im Ballbesitz Trotzdem, dass er zwei Leute gegen sich hat Jetzt wieder Rafael Guerreiro hier direkt über die linke Seite Die Flanke Aber diesmal konnte sie abgewehrt werden Von den Leipziger und Sabitzer Läuft sich da auch den Ball Gegen Axel Wistel Kommt da Ach, aber nicht durch Holt aber den Einwurf raus Hoban Sabitzer Halstenberg Die Leipziger versuchen es mit langen und schnellen Pässen Sabitzer versucht sich da jetzt durchzudribbeln Ulsen Aber der Ball war mal überhaupt nichts gewesen Timo Werner ist aktuell gerade gar nicht zu sehen Eigentlich der Top-Mann für die Leipziger Wieder Wieder Rafael Guerreiro Sehr gut hier im Zweikampf Marco Reus Und Pachmes Die kann sich da gegen Kampel nicht durchsetzen Und da ist Timo Werner Jetzt direkt zweimal Eben gerade noch gesagt Wo ist er? Da ist er Und kann sich aber auch den Ball nicht erlaufen Dialog passt gut auf Und das Landspiel mit Zagadou Aber da hat der Ballverlust Nicht energisch nachgesetzt Jetzt wieder die Leipziger Kulsen Klostermann Nochmal auf Kulsen Der mit Zieht mal ab Aber Roman Bürki Nimmt den Ball da ohne Probleme auf Abruf auf Zagadou Dialog Die Leipziger pressen jetzt natürlich sehr früh hier Reus Sancho Lukas Pesek Da geht es wieder über die rechte Seite Er wird über den Flügel kommen Na Mal Reus Nochmal Sancho Er kann sich da jetzt aber nicht durchsetzen Und schöner Trick hier von Raphael Nein das war schön Das war nicht Raphael Das war Paco gewesen Aber sehr schön gemacht Ballgut erarbeitet Aus der Drehung mal abgeschlossen Und Marco Reus erobert sich auch gut den Ball Und da leitet direkt Sancho weiter Und Paco kommt da nicht ran Sehr gut gemacht Aber die Leipziger Lassen hier auch nicht nach Der Druck wird nach wie vor hoch gehalten Auch wenn es jetzt mehr auf Ballbesitz geht Und der Fehler hier Ja der Ball ist noch nicht im Haus Sabitzer Aber der Verlust gegen Axel Wistel Dialog Und hier der Fehler Halzenberg hat aufgepasst gegen das Pesek Aber Lukas setzt hier nach Aber das war unfair Der Schiri feucht Vielleicht gibt es hier einen Freistoß Und auch gut dass der Schiri hier die Karte stecken bleibt Man muss nicht direkt gleich beim ersten Foul sagen Zack Hier kriegst du die gelbe Das ist Fußball Da ist nun mal Kontaktsport Wenn es natürlich ein unfaires Foul ist Dann ja Gerne Aber so im Zweikampf Das gehört zum Fußball dazu Jetzt Zantra Verliert bei Aber Lukas Piszek passt gut auf Und Mark Reus kann sich den Ball dann nicht erarbeiten Verliert ihn Der Limeyer Auf Werner Aber der setzt den Ball Neben den rechten Pfosten Gut mal durchdacht Schnelles Spiel Aber ihr seht's Zack Der wurde sogar glaube ich noch von Zagadou abgefälscht Nein Abschluss also wurde er nicht abgefälscht Der Ball wurde wirklich vorbeigeschossen von Timo Werner Und Bürki auf Hakimi Zagadou Axel Whistle Ames Delaney auf Marco Reus wieder Und auf Rafael Guerreiro Sehr stark da auf der linken Seite Offensiv wie defensiv sehr gut Jetzt Alcacer Ah schade Kann sich Sancho den da laufen Ja Aber Da war die Abseits Position Und wir sehen's Da ist aber auch mal klar Im Abseits drin Sogar zwei Leute Marco Reus War da auch noch Im Abseits Kopfball hier Axel Whistle Kann sich den Anerarbeiten Auf der Jadon Sancho Jetzt Thomas Delaney Wieder Rafael Guerreiro Sehr stark heute über die linke Seite Aber Die Flanke kam jetzt zu ungenau Aber der BVB setzt nach Aber verliert hier jetzt zu schnell Den Ball Die Meier hat dann Aufgepasst Und der Ballverlust jetzt für die Leipziger Der Hakimi auch sehr gut über die linke Seite Sehr gut Sehr gut als nächsten Tore Tore sind halt nicht alles Jetzt wieder die Leipziger hinten etwas offen Jetzt wieder die Leipziger hinten etwas offen Aber Herr Konter konnte hier nicht eingeleitet werden Rafael Guerreiro setzt da sehr gut nach Aber auch wieder der Ballverlust direkt Jetzt Klostermann Der Meier Der Klostermann Gegen Hakimi und Saga Nein Aber der Konto kommt da durch Und Herr Punzen Das war wohl Zu schwach gewesen Da ärgert er sich sehr Aber man sieht es an seinem Blick Ohja Das war eigentlich so Rückpass zum Torwart Da war nichts gefährliches bei Und die Nachspielzeit der ersten Halbzeit Ist gleich rum Und da haben wir auch den Pfiff Ja Schnelles Anfangsspiel von beiden Mannschaften Der BVB konnte sich da Dank Rafael Guerreiro mit 1-0 durchsetzen Und mit den Bildern von ihm Geht es für mich in die Halbzeitpause Und pünktlich natürlich zum Anpfiff der zweiten Halbzeit Bin ich wieder da Jetzt bin ich mal gespannt Auf die Antwort der Leipziger Was wird der BVB machen Kann er noch einen draufsetzen Oder können die Leipziger hier sogar das Spiel drehen Das haben sie im Laufe der Saison schon gezeigt Dass sie das können Jetzt Klostermann Gegen Rafael Guerreiro Und der arbeitet sich auch gut Den Ball da Bleibt doch erstmal im Ballbesitz Haut den Ball blind Zum Anstoß Punkt Aber Aber der BVB bleibt hier auch gut dran Paco Alcazar Und Jadon Sancho Gut gedacht Aber der war dann doch zu lang Für Paco Jetzt wieder Rafael Guerreiro gegen Klostermann Und kann sich auch da den Ball erarbeiten Sehr zweikampfstark Der Junge Und auch nach vorne arbeitet er sehr gut mit Hier verliert Marco Reus das Kopfballduell Aber der BVB jetzt richtig schön druckvoll Gleich wieder wie schon zum Anfang der ersten Halbzeit Guerreiro Auf Hakimi Auch ein sehr schneller Links Beziehungsweise Rechtsverteidiger Offensiv und Defensiv sehr gut Marco Reus Aber der kommt da nicht ran Nochmal von Axel Wissler auf Thomas Delaney Reus jetzt Kann sich da nicht durchsetzen Aber der BVB drückt jetzt auch immens hier Aber die Leipziger können dagegen halten Halstenberg jetzt über die linke Seite Demi Auf Sabitzer Und der läuft auch erstmal durch Und der Ball kommt rein Aber der BVB hat auch gut aufgepasst Und da kann Marco Reus jetzt nicht ran Kampel Leimeyer Pulsen Zieht mal ab Aber um am Glück Kein Problem Immer noch in Topform Und was ich sehr gut von ihm finde Respekt wirklich Dass du das machst Er pausiert in der Nati Wie man so sagt Der Nationalmannschaft Der Schweiz Und stellt sich voll in die Dienste Vom BVB Er will hier wirklich Auch mithelfen Vielleicht das wunderbar zu machen Dass der BVB Sich noch die letzten Spieltage Hier wirklich gut macht Spiele gewinnt Und dann sich die deutsche Meisterschaft Sichern kann Schön dass er damit hilft Und auf die Nationalmannschaft Dann verzichtet Paco Er kann sich da gut durchsetzen Lukas Piszczek Geht jetzt hier über die rechte Seite Flanke kommt rein Aber die ist Zu lang Und wir haben den ersten Wechsel bei Leipzig Die 29 neu auf den Platz Und die 9 geht runter Und beim BVB gibt es auch den Wechsel Jadon Sancho geht runter Und Marius Wolf kommt dafür neu auf den Platz Und bei Leipzig war es Augustin der neu ist Und Pulsen ist runtergegangen Und sehr gut nachgesetzt von Thomas Delaney jetzt hier Richtig mal Zweikampfstart Zieht auch mal ab Aber der war auch zu lasch geschossen Halstenberg jetzt auf Und Werner Ah der kann sich da nicht gegen Zagadou durchsetzen Nein das war Dialog Mein Fehler Jetzt muss ich nur lernen die beiden auseinanderzuhalten Jetzt haben wir auch wieder die Leipziger hier Savica Lillmeier Und Demme kann sich da den Ball erlaufen Und Werner wartet nochmal Versucht es aber zu schwach Kampel kommt da ran Aber auch wieder hier zu schwach Die Leipziger Und jetzt Lukas Piszczek Wolf Malius Wolf hier Der läuft jetzt auch Bleibt am Ball Witter nicht angegangen Von den zwei Leipzigern Kommt jetzt Mit der Flanke in den 16er Aber Ah Kaffel-Girio Nein das war Marco Reus Mein Fehler aber Nicht gut durchgesetzt Und jetzt wieder die Leipziger Werner Gegen Piszczek Und die Flanke kommt rein Aber kein Problem für Roman Bürki Und jetzt der lange Ball nach vorne Papa Alcázar Aber Kondate Oder Konte Wie er genannt wird Kondate So vielleicht Ich hoffe es war richtig Konnte sich den Ball da laufen Orban Er geht jetzt zurück Ah die Leipziger Man sieht es hinten Nur zwei Endverteidigern Sehr hoch aufgerückt Jetzt wirkt hier Die volle Offensichtkapelle Bei Leipzig Demme Savica Auf Halstenberg Wieder Savica Ah der verliert aber jetzt Auch hier den Ball Zum Wissen hat er gut aufgepasst Die Jalu So das Piszczek Jetzt kommt der BVB hier nicht raus Da geht der Ball erstmal ins Aus Und es gibt wieder einen Wechsel Die 17 für die 22 Burma neu auf dem Platz Und Neymar geht runter Und Rafael Guerreiro geht runter Und dafür neu auf dem Platz Jakob Grün Larsen Halstenberg hier mit den Einwuchern Weiß nicht wohin mit dem Ball Demme Werner jetzt hier gefährlich Und der rutscht da sogar aus Ein Pech heute für die Leipziger Und Paco Alcázar hat sich da sehr gut die Ball erlaufen Das Auge für Marius Wolf Der jetzt frei ist hier Wird nicht angegangen Ist im 16er Schließt da mit rechts ab Und macht das 2 zu 0 In der 83. Minute Schön mal zu sehen Dass er auch wieder Tore schießt Und endlich mal wieder auf dem Platz steht Und dann natürlich gleich so ein Ding hier Aber wie wir in den Testspielen auch gesehen haben Lucien Favre hat was mit Marius Wolf vor Eigentlich ist er ja mehr das rechte Mittelfeld Mehr für die Offensive Aber in den Testspielen wurde er sogar als echter Verteidiger eingesetzt Und hat den Job sehr gut in den Testspielen gemacht Ich bin mal gespannt Echt was Lucien Favre da mit Marius Wolf vor hat Jetzt bin ich wirklich mal gespannt Leipzig ja mit voller Offensivkapelle nach vorne Und hier direkt der Fehler in die Beine von Marco Reus Da haben die Leipziger richtig Glück Dass der BVB das eben nicht zu Ende spielen kann Ja die Leipziger immer noch wie gesagt Mit voller Offensivkapelle hier nach vorne Aber geht da noch was Drei Minuten offizielle Spielzeit noch Axel Wüste passt auf Marius Wolf wieder Wüste und Er verliert jetzt hier den Ball Aber Paco hat da aufgepasst Jetzt wird es hier nochmal gefährlich für die Leipziger Der King die hier noch einen vielleicht länger schenkt Ach Larsen kann sich dann nicht mehr durchsetzen Und wieder hier der Ballverlust für den BVB Zwei Minuten gibt es nochmal oben drauf Können die Leipziger hier noch den Ehrentreffer landen Obwohl Ehrentreffer wäre hier falsch angebracht Und das Foul von Lukas Piszczek gegen Timo Werner Und nochmal ein Wechsel bei Leipzig Nordi neu auf dem Platz Und die Nummer habe ich jetzt nicht gesehen Sehen wir bestimmt gleich nochmal oben Also Klostermann runter Und Mukili neu dafür auf dem Platz Und die Nachspielzeit ist auch hier rum Und da ist auch der Schlüssel Hier am 18. Spieltag kann der BVB sich hier auswärts in Leipzig Und wird 2 zu 0 durchsetzen Und kann natürlich damit weiterhin die Tabellenführung behaupten Für die Leipziger wird es eng Hinter ihnen auf Platz 5 wartet schon Wolfsburg Und nach vorne geht dadurch auch nicht sehr viel für sie Ja, wenn es euch gefallen hat Daumen nach oben da Kritik und Anregungen in die Kommentare Und schaut auf Twitter vorbei Lasst mir ein Follow da Damit ihr nichts mehr verpasst Bis dahin, ich sage tschau Euer Metalswer Bis dahin, ich sage tschau